Sie war Adams erste Frau, die Gott und das Paradies hinter sich zurück ließ, um frei zu sein. Die wilde und unzähmbare Lilith, im Horoskop auch der schwarze Mond genannt. Immer wenn Lilith das astrologische Zeichen wechselt, gibt es eine neue Bewusstseinsentwicklung. Nun geht Lilith in die Zwillinge. Und was das für die Gesellschaft und die zwölf Sternzeichen bedeutet, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Vom 18. Juli 2021 bis 14. April 2022 wandert Lilith, die Göttin der Wilden, Weiblichkeit und der Urinstinkte, durch das Zeichen Zwillinge. Das ist eine sehr interessante Kombination. Das Zeichen Zwillinge steht für den Intellekt, die Sprache, Schrift und Symbole und die Wissensvermittlung. Und wenn da jetzt die urige Kraft der Lilith hineingelenkt wird, dann ist das eine ganz spannende Zeit für alle, die mit Worten, Sprache, Zaubersprüchen und magischen Symbolen arbeiten. Denn Worte, Symbole und Zahlen werden dann sozusagen mit den instinktiven Urkräften der Lilith aufgeladen. Deswegen habe ich dieses Titelbild gewählt. Eine Frau mit scheuem, aber gleichzeitig intensiven Blick, deren Körper von geheimnisvollen Mustern und Symbolen bedeckt ist. Ich finde, es drückt diese Kraft gut aus. Bevor wir in die Deutung der Lilith-Energie in den Zwillingen einsteigen, werfen wir noch kurz einen Blick auf die spektakuläre Mythologie der Lilith. Sie gilt als Adams erste Frau im Paradies, die sich mit dem alttestamentarischen Gott überworfen hat. Dem Mythos nach wollte sie Adam nicht gehorchen. Man sagt auch, dass sie beim Sex nicht unten liegen wollte. Daraufhin schickte Gott drei Engel, um sie zurechtzuweisen. Doch Lilith ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie sprach einen Fluch mit den geheimen Namen Gottes aus und verließ das Paradies. Diese Geschichte gilt als Symbol dafür, dass Lilith ursprünglich zum Reich des Matriarchats und der antiken Göttinnenwelt gehörte. Sie trug die Energie und Weisheit der alten Göttin in sich und es kam für sie natürlich nicht in Frage, einem ungehobelten Menschenmann wie Adam zu Diensten zu sein. Stattdessen zog sie sich lieber ans Rote Meer, ins Reich der Dämonen zurück. Im Anschluss an diesen Skandal erschuf Gott die fügsamere Eva und zwar aus einer Rippe Adams, damit sie sozusagen ein Teil von ihm und damit auch gehorsam sein sollte. Lilith gilt dagegen als Symbol für wilde, eigensinnige, kratzbürstige Frauen, die sich nicht um gesellschaftliche Konventionen scheren und denen ihre persönliche Freiheit wichtiger ist als die Sicherheit einer Beziehung. Sie steht für den Geschlechterkampf und für die Gleichstellung der Frau. Alles über den Mythos und seine reichhaltigen symbolischen Bedeutungen und die Geschichte der schillernden Figur der Lilith findet ihr in meinem Buch Lilith, die Weisheit der ungezählten Frau, das mittlerweile in der fünften Auflage erschienen ist. Ihr könnt es jederzeit über meine Homepage bestellen. Und es gibt auch den Text zu diesem Beitrag über Lilith in den Zwillingen mit der Deutung für alle zwölf Sternzeichen als PDF zum Download. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Der neue Lilith-Transit durch die Zwillinge wird gesellschaftlich einen wichtigen Einfluss haben. Lilith trifft sich Anfang September mit dem Mondknoten und beide befinden sich dann im Luftzeichen Zwillinge. Das können wir als Hinweis deuten, dass beim Eintritt in die Luftepoche auch die Stimmen der weisen Frauen gehört werden müssen. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, dass sich unter dem Einfluss von Lilith und Mondknoten sehr interessante neue Beziehungen und sogar auch Beziehungsformen entwickeln können. Höhepunkt ist hier der September 2021, wenn Lilith sich in direkter Verbindung mit dem Mondknoten befindet. Weil das Thema Sprache aktiviert wird, denke ich auch, dass die ziemlich heiß geführten Diskussionen um Genderfragen oder auch das Gendern in der deutschen Sprache noch weiter zunehmen werden und noch stärker ins Bewusstsein rücken. Denn Lilith ist ja nun mal ein Faktor für Gleichberechtigung und in den Zwillingen will sie, dass diese auch in der Sprache ihren Ausdruck findet. Gleichberechtigung von Frauen und Männern und allen, die sich irgendwo oder zwischendefinieren. Darüber hinaus auch Gleichberechtigung zwischen Minderheiten und Mehrheiten und zwischen Hautfarben. Die Rassismusdebatte, die seit einiger Zeit auch in Deutschland angekommen ist, wird uns mit Lilith in den Zwillingen auf neuen Ebenen weiter beschäftigen. Und dabei geht es darum, wie wir uns in der Kommunikation damit auseinandersetzen und einen respektvollen Umgang mit den jeweils anderen finden. Lilith ist auch die Schutzpatronin der Künstler und alternativen Szene, vor allem, wenn diese mit ihrer Kunst auf Missstände hinweisen oder unbequeme Wahrheiten aussprechen. Insofern kann es auch in der Kunst sehr interessante und politische neue Entwicklungen geben. Lilith in den Zwillingen steht für Zaubersprüche und die Fähigkeit, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen. Das ist ein schöner Einfluss zu Beginn der Luftepoche und ich hoffe, dass Lilith sich Gehör verschaffen kann. Damit ihr die Energie von Lilith in den Zwillingen auf einer psychologischen und persönlichen Ebene kennenlernen könnt, zitiere ich nun aus meinem Buch »Lilith, die Weisheit der ungezählten Frau« aus dem Kapitel über Lilith in den Zwillingen. Lilith in den Zwillingen als Weg. Bevor Lilith das Paradies verließ, sprach sie die heiligen Namen Gottes aus und beging damit einen Tabubruch. Bei meinen Forschungen habe ich festgestellt, dass viele Menschen, die mit Worten provozieren, aufrütteln, Tabus brechen und Maßstäbe setzen, im Horoskop entweder Lilith in den Zwillingen haben oder Lilith in einem besonderen Aspekt zu Merkur, dem Herrscher der Zwillinge. Um Lilith in den Zwillingen besser verstehen zu können, müssen wir uns auch die Mythologie von Merkur genauer anschauen. Und die ist sehr interessant. Astrologisch steht er für die Kommunikation und die Vermittlung von Informationen und Gütern. Merkur ist der lateinische Name für Hermes, den griechischen Götterboten mit den geflügelten Schuhen. Er gilt als Schutzpatron der Handlungsreisenden, Schriftsteller, Verkäufer und Journalisten, aber auch der Betrüger und Trickdiebe. Klugheit, Geschick und schlaues Verhandeln sind eben Eigenschaften, die nicht an Moralvorstellungen gebunden sind. Argumente und Rhetorik sind sein Metier. Damit herrscht er auch über das, was neudeutsch Content, Inhalt heißt und zu einer Ware allererster Güte geworden ist. Insofern ist er neben Venus einer der heutzutage einflussreichsten Götter, denn wir leben in einem Informationszeitalter und jetzt ja auch in der Luftepoche. Ebenfalls wichtig für unsere Überlegungen ist, dass Hermes bzw. Merkur einen androgynen Anteil hat. Er vermittelt sozusagen nicht nur zwischen verschiedenen Göttern, sondern auch zwischen den Geschlechtern. Der Begriff Herm-Aphrodit bezeichnet ein Wesen, das sowohl Anteile von Hermes bzw. Merkur als auch Venus bzw. Aphrodite in sich trägt. Deshalb hat er für alle, alles und jeden Verständnis und kann sich mit allen verständigen, aber Partei ergreift er nicht. Merkur ist also eine neutrale, bewegliche Kraft, die sich die verschiedensten Parteien zunutze machen können. Hermes bzw. Merkur ist ein Meister darin, die Dinge beim Namen zu nennen. Sein eigener Name taucht auch als Hermes Trismegistus in magischen Schriften auf und bezeichnet eine altägyptische Figur, die Elemente sowohl des Hermes als auch des ägyptischen Gottes Tod vereint und so etwas wie ein Urmagier ist. Nach ihm sind die hermetischen Wissenschaften benannt, zu denen auch die Künste der Alchemie und Magie gehören. Die Figur taucht im Alistair-Crowley-Tarot in der Karte 1 der Magier wieder auf. Auch Lilith beherrscht die Magie der Worte und ist mit den Symbolen einer Göttin ausgestattet. Sie spricht nur, wenn es ums Wesentliche geht, ums Ganze, um Leben und Tod. In den meisten Geschichten handelt sie nur und spricht überhaupt nicht. Sie fliegt davon wie ein Vogel, wenn man sich ihrer bemächtigen will, oder erscheint als Dämonin. Sie ist eine Windgöttin mit Flügeln und Krallen, was nahelegt, dass sie Sprachen beherrscht, die jenseits von Wörtern und Formeln liegen. Die Sprache des Windes selbst und die Sprache der Tiere, womöglich den Gesang der Vögel oder auch die Sprache der Schlangen. Sie erscheint als Dämonin im Schlaf, das heißt, sie macht sich in Träumen bemerkbar und durch Gefühle. Das sind alles sehr urtümliche und intuitive Kommunikationsebenen. So kann man verstehen, dass Menschen mit Lilith in den Zwillingen oder in Verbindung mit Merkur ihr ganz eigenes Verständnis von Sprache und Kommunikation entwickeln und oft genug in der Lage sind, auf wunderschöne Weise mit schier magischen Worten der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Umgekehrt können Worte auch verletzend sein und uns zutiefst treffen. Das ist das Thema mit Lilith in den Zwillingen, die Macht der Worte und die Macht des Schweigens. Abenteuer und Kreativität. Wenn deine Lilith in den Zwillingen steht, hast du ein spezielles Verhältnis zu Sprache und Kommunikation. Womöglich bist du sehr direkt und offen oder es passiert dir, dass andere sich durch dein Sprechen provoziert oder gar verletzt fühlen, ohne dass du es willst. Oder du bist sehr schweigsam und sprichst nur, wenn es dir nötig erscheint. Vielleicht fühlst du dich deinen tierischen Mitwesen näher und enger verbunden als den Menschen, deren Falschheit du verachtest. Ein Grund dafür kann sein, dass du dich häufig unverstanden fühlst, denn deine Gedankenwelt ist nun mal gegen den Strom gerichtet. Es kann ein besonderes Abenteuer für dich sein, die richtigen Worte zu finden oder mit anderen Formen der Kommunikation zu arbeiten oder deine Gedanken auf künstlerische Weise mit anderen zu teilen. Viele Sänger und Schriftsteller haben die Lilith in den Zwillingen. Sie haben die Konstellation genutzt, um Menschen mit ihrer Art der Ansprache tief zu berühren. Dabei sind die Worte nicht unbedingt schön, sondern vor allem eins, treffend. Liebe und Beziehungen. Kontakte und Beziehungen leicht und locker knüpfen, das ist ein besonderes Merkmal der Zwillinge. Mit Lilith in diesem Zeichen kann es jedoch sein, dass du dich mit Smalltalk und Oberflächlichkeiten eher schwer tust. Du suchst Tiefe und das Besondere und bist dabei sehr anspruchsvoll. Du möchtest in der Liebe auf allen Ebenen kommunizieren, geistig und körperlich, intellektuell und seelisch. Gemeinsame Interessen oder ein ähnlicher Beruf mit dem Partner können der Schlüssel zu deinem Glück sein. Wenn es jedoch zu Konflikten kommt, gerätst du womöglich in Schwierigkeiten. Über deine Gefühle zu reden mag dir leicht fallen, doch sie wirklich zu fühlen kann dir Angst machen. Wenn dich jemand richtig beeindruckt, verstummst du womöglich und hast keine Worte mehr. Entscheidend ist, dass du wahrhaftig und authentisch bleibst. Wenn du nichts mehr sagen kannst oder willst, schreibe. Eine Klientin von mir mit Lilith in den Zwillingen schilderte mir, dass sie allein durch erotische Erzählungen einen Höhepunkt erreichen konnte. Doch manchmal kann wortloses zusammen sein, gemeinsam Musik hören oder einen Film schauen, Seite an Seite im Garten arbeiten, alles, was ein intuitives Verstehen erzeugt, für dich die beste Option sein. Denn wenn du unsicher bist, kannst du dich buchstäblich um Kopf und Kragen reden. Dabei hast du das gar nicht nötig. Du wirkst auf deine eigene Art geheimnisvoll und attraktiv. Du wirst Menschen in dein Leben ziehen, die dich erforschen wollen und dir gebannt lauschen, wenn du sprichst. Ob nun mit Worten, deinen Augen, deinem Körper oder deiner Seele. Beruf und Berufung. Denk dir deinen Weg. Mit deinen Gedanken erschaffst du Räume, in denen du dich bewegen kannst. Da Lilith hier auf den Wirkungskreis Merkurs trifft, der auch die Magier regiert, könnte die Beschäftigung mit Magie, Heilzahlen, magischen Formeln oder fremden Sprachen ein großes Abenteuer für dich sein. Ebenso das Interesse für fremde oder antike Kulturen, ihre Zeichen und Symbole. Du wärst auch eine gute Therapeutin mit Worten, Symbolen oder mit den Händen, etwa durch Massagen oder Handauflegen. Für dich ist es besonders wichtig, dass du dir viel Raum nimmst, dir deiner Gedanken bewusst zu werden. Das, was jemand von sich aus denkt, bestimmt sein Schicksal, sagte schon Schriftsteller Mark Twain und seine Lilith steht in den Zwillingen. Rhonda Byrne, Autorin des Weltbestsellers The Secret, hat Lilith in den Zwillingen. In ihrem Buch geht es um nichts anderes als um die Macht der Gedanken und wie sie sich im Leben manifestieren. Arbeite auch mit der Macht des Schweigens. Wir Frauen neigen dazu, uns zu entschuldigen und zu rechtfertigen und zuzulassen, dass man uns hinterfragt. Lilith in den Zwillingen zeigt uns, wie mächtig Schweigen sein kann. Diskussionen und Gerede um einen möglichen Fehler ersterben, wenn man sich nicht darauf einlässt, sich zu erklären und zu rechtfertigen. Dieses Wissen nutzen sogar moderne Management-Trainer. An den Schaltstellen der Macht sieht man deutlich, wer die Macht des Schweigens beherrscht und wer nicht. Lilith in den Zwillingen verleiht die Kraft, mit Worten oder durch Schweigen Macht auszuüben. Das und noch vieles mehr zu Lilith in den Zwillingen und in allen anderen Zeichen findet ihr in meinem Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Jetzt gebe ich euch einen kompakten Überblick über die Bedeutung des Lilith-Transits durch die Zwillinge für die 12 Sternzeichen. Dabei habe ich auch berücksichtigt, welche Aspekte sie jeweils bildet und durch welches kosmische Haus sie läuft. Und hier noch ein Tipp für Fortgeschrittene. Wenn ihr euer Geburtshoroskop gut kennt und wisst, in welchem Bereich bei euch das Zeichen Zwillinge steht, insbesondere welche Hausspitze in das Zeichen Zwillinge fällt, könnt ihr die Hausdeutung auch auf euer individuelles Horoskop beziehen. Und wir beginnen in der Reihenfolge des Tierkreises mit den Widdergeborenen. Also, wenn ihr Widdergeborene oder Widderaszendenten seid, dann wird Lilith in den Zwillingen für neun Monate in einem anregenden und freundschaftlichen Aspekt zu eurem Aszendenten bzw. eurer Sonne stehen. Das kann eure Kreativität im Denken stark anregen und ihr habt dann auch Spaß an interessanten Menschen, die euch in Diskussionen herausfordern und ihren eigenen Kopf haben. Lilith aktiviert bei euch das dritte Haus, welches zur Wissensachse gehört. Es kann also eine gute Zeit sein, euch in Bezug auf weibliche Spiritualität, schamanisches Heilen und ähnliche Themen weiterzubilden. Und wenn ihr selbst in diesem Bereich tätig seid, solltet ihr ernsthaft überlegen, Kurse zu geben oder vielleicht auch Artikel oder ein Buch dazu zu verfassen. Auf jeden Fall lohnt es sich, Tagebuch zu führen und innere Eingebungen festzuhalten. Wenn ihr Stier oder Stier-Ascendent seid, geht nun die Zeit mit Lilith in eurem eigenen Zeichen bzw. im ersten Haus zu Ende. Ihr spürt das vielleicht, indem sich ein gewisses Maß an Aufregung in eurem Leben widerlegt und ihr auch wieder kompromissbereiter seid. Lilith wird dann für neun Monate durch euer kosmisches Finanzhaus laufen und das bringt Wertefragen mit sich. Für viele Stiergeborene sind finanzielle Sicherheit und Wohlstand sehr wichtig. Lilith wird euch in den kommenden Monaten gelegentlich dazu auffordern, mehr Mut zu entwickeln und Geld z.B. in Umweltprojekte oder auch künstlerische Projekte zu investieren, bei denen vielleicht nicht eine dicke Rendite winkt, sondern es um inhaltliche Werte geht. Auch euer Selbstwertgefühl ist ein wichtiges Thema. Dann geht es darum, euch selbst so anzunehmen, wie ihr seid, mit allen Ecken und Kanten und weniger von der Meinung anderer abhängig zu sein. Wenn ihr Zwillingegeborene oder Zwillinge-Ascendenten seid, habt ihr Lilith im eigenen Zeichen bzw. sie läuft über euren Aszendenten und das erste Haus. Das kann euer Leben vorübergehend ganz schön aufwirbeln. Lilith bringt euch in Kontakt mit Wünschen nach Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und nicht zuletzt erotischer Erfüllung, die ihr vielleicht lange Zeit verdrängt oder nicht ernst genommen hattet. Sie macht euch kompromissloser als sonst und schärft euren Geist, weckt euer Interesse für ungewöhnliche und kreative Menschen. Sozial ist dieser Transit nicht immer leicht zu handhaben, da man gemütliche, aber langweilige Lebensumstände oder Beziehungen in Frage stellt. Doch für die Künstlerinnen und Künstler unter euch, besonders wenn ihr mit Worten und Sprache arbeitet, kann Liliths Energie unglaublich kreativ und befreiend wirken. Im Zusammenspiel mit dem Mondknoten, das ist Ende August, Anfang September 2021, kann sie Begegnungen bringen, die euch zutiefst berühren und herausfordern. Sei es, weil die andere Person scheinbar unpassend ist, sei es, weil eine Begegnung euch in Kontakt mit inneren Wünschen und Bedürfnissen bringt, die ihr zuvor noch nie recht ausgelebt hattet. Doch es sieht so aus, als könnte ein durch Lilith ausgelöstes Liebesdrama zu einem guten Ende finden und in eine Beziehung münden, die euch beide reicher und erfüllter macht. Auch in festen Beziehungen kann euch Lilith dabei helfen, Tabugrenzen zu überwinden und eure geheimsten Bedürfnisse mutig eurem Partner anzuvertrauen. Dadurch könnt ihr gemeinsam neue Dimensionen der Erotik und Intensität erschließen. Wenn ihr Krebsgeborene oder Krebs Aszendenten seid, geht Lilith nun für neun Monate durch euer zwölftes Sonnenhaus der Spiritualität und des Rückzugs. Das kann Begegnungen mit der inneren Schamanin anzeigen. Die instinktive Urkraft der Lilith erscheint euch dann vielleicht durch Träume und Eingebungen. Wenn ihr spirituell arbeitet, verstärkt dieser Lilith Transit die Kraft eurer Rituale und der Symbole, die ihr benutzt. Ich hatte euch ja schon im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis empfohlen, ein Traumtagebuch zu führen und das Klarträumen zu üben. Auch Lilith bringt oft intensive Träume und es lohnt sich, wenn ihr euch damit näher beschäftigt. Wenn ihr Löwegeborene oder Löwe-Aszendenten seid, bewegt sich Lilith nun aus dem angespannten Aspekt zur Löwesonne heraus. In den letzten neun Monaten hattet ihr mit dieser unruhigen und provokanten Energie zu tun, zum Beispiel durch schwierige Entwicklungen im Job mit einer Chefin oder aufgrund eurer eigenen Position als Frau. Da sollte jetzt Besserung eintreten, etwa weil man ein Konzept zur Unterstützung entwickelt hat oder weil die betreffende Person einfach woanders hingeht. In den Zwillingen steht Lilith nun für die nächsten neun Monate in einem Freundschaftsaspekt zur Löwesonne und das kann die Begegnung mit spannenden neuen Leuten anzeigen, mit denen euch ein politisches, berufliches oder gesellschaftliches Engagement verbindet. Und wenn ihr selbst in der Position seid, könnt ihr vielleicht als Mentorinnen oder Mentoren anderen Frauen beruflich weiterhelfen. Ihr fühlt euch nun vielleicht auch freundschaftlich zu interessanten und provokanten Menschen hingezogen, die euch überraschen und euer Leben bereichern können. Wenn ihr Jungfraugeborene oder Jungfrau-Aszendenten seid, bildet Lilith in den Zwillingen für neun Monate herausfordernde Aspekte. Das bringt euch in Kontakt mit eurer unabhängigen, instinkthaften und unangepassten Seite, die ihr sonst so sanften und umsichtigen Jungfrauen gerne unter dem Deckel haltet. Doch Lilith sendet euch Menschen und Situationen, die euch herausfordern, zu euch selbst zu stehen und faule Kompromisse abzulehnen. Denkbar sind auch Konkurrenzsituationen mit einer Frau beruflich oder auf der persönlichen Ebene. Dieser Lilith-Aspekt kann euch zeitweise in Schwierigkeiten bringen, kann aber auch sehr befreiend wirken. Außerdem ist es oft eine kreative und sinnliche Zeit. Der Transit spielt sich bei euch im zehnten kosmischen Karrierehaus ab. Das heißt, die Herausforderungen können mit weiblichen Figuren wie zum Beispiel einer Chefin zu tun haben, die euch Schwierigkeiten macht. Oder eine Vorgesetzte wird schwanger und es entsteht Unruhe, weil Aufgaben neu verteilt werden und die Organisation angepasst werden muss. Vielleicht geht es aber auch um eure eigene Rolle als Frau und Vorgesetzte, in der ihr euch stärker positionieren müsst, auch wenn das gewissen Leuten nicht passt. Für die vage Geborenen und vage Aszendenten wird Lilith neun Monate lang stark inspirierende Aspekte bilden. Nun können sich interessante Allianzen mit spannenden Frauen oder kreativen Menschen ergeben, die euer Leben erfüllen. Vor allem, wenn ihr künstlerisch tätig seid oder auch wenn ihr euch mit politischen und weltanschaulichen Themen beschäftigt, kann das euer Leben außerordentlich bereichern. Das zeigt der Transit durchs neunte Sonnenhaus. Ebenso, wenn ihr spirituell auf der Suche seid oder außergewöhnliche Erlebnisse auf Reisen sucht. Dann erhaltet ihr innerlich oder auch durch die Menschen, die ihr trefft, ganz außergewöhnliche und bewegende Impulse. Auch die Begegnung mit spirituellen Seelenpartnern ist dann möglich. Und wenn ihr schon lange den Wunsch hegt, einmal für längere Zeit ins Ausland zu gehen, kann euch Lilith den entscheidenden Anstoß geben, dieses Abenteuer nun zu wagen, denn dazu muss man ja auch Leute hinter sich zurücklassen. Lilith hilft dann dabei, mehr Unabhängigkeit und Mut zu entwickeln. Wenn ihr Skorpiongeborene oder Skorpion-Aszendenten seid, geht Lilith nun aus der direkten Konfrontation heraus. Wenn in den letzten neun Monaten gelegentlich eure Treue auf die Probe gestellt wurde oder ihr mit widerspenstigen Partnern oder Partnerinnen zu tun hattet, wird sich die Aufregung jetzt etwas legen. Lilith geht dann in den kommenden neun Monaten durch euer kosmisches achtes Haus. Das kann dann eine neue Dynamik in eure bestehenden Beziehungen bringen und auch wenn es um Besitz geht, den ihr mit anderen teilt. Lilith kann euch zum Beispiel mit euren Verlustängsten konfrontieren, etwa wenn Partner oder Partnerin mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit fordern oder wenn Finanzpartner überlegen, aus einer gemeinsamen Sache auszusteigen. Aber wenn ihr eine glückliche Liebesbeziehung habt, könnt ihr nun gemeinsam Tabus überwinden und neue Dimensionen der Erotik erschließen. Das stärkt eure Verbindung und inspiriert euch auch kreativ. Der Transit kann auch eine gute Zeit sein, euch mit okkulten Forschungen, Magie und der Bedeutung alter Symbole zu beschäftigen. Wenn ihr Schützegeborene oder Schütze-Aszendenten seid, geht die Lilith in den Zwillingen für neun Monate durch euer kosmisches Partnerhaus. Sie zeigt, dass interessante, provokante, kreative und aufregende Menschen euren Weg kreuzen, die euch in Kontakt mit tiefen, authentischen Gefühlen und Instinkten bringen. Vielleicht spürt ihr dadurch auch Beziehungsängste, die ihr verdrängt hattet, um gut dazustehen oder weil sie nicht in euer Weltbild passen. Das kann schmerzlich sein, kann jedoch auch sehr befreiend wirken und ein richtiges Abenteuer sein. Gut möglich, dass ihr in den kommenden Monaten eine ganz heiße neue Affäre anfangt. Schwierig wäre das nur dann, wenn ihr bereits gebunden seid, denn unter dem Einfluss von Lilith neigt man dazu, sein kleines Beziehungsparadies aufzugeben, um dem Ruf eines Lilith-Liebesabenteuers zu folgen. Aber der Ausgang ist oft ungewiss. Und viele von euch stehen ja auch noch unter dem Einfluss von Neptun, der klare und gute Entscheidungen erschwert. Im Zweifelsfalle kann es also sehr nützlich sein, wenn ihr die 90-Tage-Regel anwendet, also drei Monate abwarten, bevor ihr euch tiefer einlasst, vor allem wenn eine bestehende Beziehung auf dem Spiel steht. Besonders betörend sind eure Liebeskonstellationen im September 2021, wenn Lilith und Mondknoten sich treffen. Wenn ihr Steinbock oder Steinbock-Ascendent seid, wird Lilith in den Zwillingen den Bereich der Arbeits- und Gesundheitsroutine aktivieren. In den kommenden neun Monaten kann es in eurem Arbeitsumfeld zu Spannungen kommen. Entweder ihr selbst oder eure Kolleginnen wollen dann eigene Wege gehen und die Abläufe nach eigenem Ermessen gestalten. Es kann Schwierigkeiten mit Frauen am Arbeitsplatz geben. Vielleicht schlichtweg deswegen, weil eine Kollegin schwanger wird und die Aufgaben neu verteilt werden müssen. Das kann aber dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen gemeinsam neue Wege gehen und interessante Lösungen finden. Vielleicht kommen nun auch neue Menschen ins Team, die zwar eigenwillig, aber doch inspirierend sind. Es kann auch eine Zeit sein, in der ihr neue alternative Heilmethoden ausprobiert. Interessant sind hier besonders die schamanischen Wege. Die Frauen unter euch sollten in diesen neun Monaten auch besonders sorgfältig alle Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und genau auf die Signale des Körpers achten. Wenn ihr Wassermanngeborene oder Wassermann-Ascendenten seid, bildet Lilith in den Zwillingen für neun Monate angenehme Aspekte. In den vergangenen neun Monaten gab es wahrscheinlich öfter mal Reibereien in der Familie oder auch mit den Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Besonders mit weiblichen Figuren. Da musste geklärt werden, wer wie viel Freiraum bekommt oder vielleicht ist auch eine Tochter in die Pubertät gekommen oder ausgezogen. Oder ihr hattet als alleinerziehende Mutter zu kämpfen. Da kann sich nun ein Wandel vollziehen. Es kommt wieder mehr Spaß und Lebensfreude auf und es gelingt, Gefühle und Situationen, die durch Lilith ausgelöst worden waren, zu integrieren. Dadurch fühlt ihr euch dann sogar erfüllt und bereichert. Wenn ihr künstlerisch arbeitet, kann euch dieser Transit, der durch das fünfte kosmische Sonnenhaus läuft, einen richtigen Kreativitätsschub bringen. Lilith im fünften Haus kann auch den Beginn einer heißen neuen Liebesaffäre anzeigen und nicht zuletzt sogar eine Schwangerschaft, durch die ihr euch als Frau neu wahrnehmt. Generell wird Lilith euch anregen, eure Instinkte und Gefühle stärker zuzulassen und mehr als Quelle der Inspiration wahrzunehmen. Wenn ihr Fischegeborene oder Fische-Ascendenten seid, bildet Lilith in den Zwillingen für neun Monate Spannungsaspekte. Das kann euch sonst so friedliebende Wesen gelegentlich reizbar und eigensinnig machen. Weniger als sonst seid ihr bereit, immer für andere da zu sein und selbst zurückzustecken. Lilith bringt euch auch in Kontakt mit euren verdrängten Gefühlen und Schattenseiten, die ihr gerne aus Konfliktscheu unter dem Deckel haltet. Das kann entweder durch Begegnungen mit provokanten Menschen geschehen oder aus einem inneren Bedürfnis heraus, mit euch selbst ins Reine zu kommen. Zwar sind diese Aspekte zeitweise anstrengend, aber sie können auch sehr befreiend wirken. Im vierten Sonnenhaus kann Lilith anzeigen, dass es mit Familienmitgliedern oder Menschen, mit denen ihr unter einem Dach lebt, zu Konflikten kommen kann. Dabei geht es häufig darum, wer welche Freiheiten hat oder renitente Töchter beziehungsweise Schwiegertöchter fordern euch heraus. Im Zusammenspiel mit dem Mondknoten kann es auch Aufregung um einen Nachwuchs geben, der vielleicht nicht geplant war und nun muss vieles neu überlegt und geregelt werden. Für euer Zuhause ist es auf jeden Fall eine gute Phase, um euch so einzurichten, wie es euch gut tut, egal was die anderen sagen. Das waren meine Gedanken zum Durchgang der Lilith durch das Zeichen Zwillinge. Ich habe übrigens noch fünf weitere Specials zu Lilith in den Zeichen von Steinbock bis Stier bereits produziert. Wenn ihr Lust auf noch mehr Lilith habt, könnt ihr euch die anderen Videos auch gerne kostenlos auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Ich wünsche euch eine interessante und inspirierte Zeit mit Lilith in den Zwillingen. Dieser Transit eignet sich super für okkulte und mystische Forschungen und zum Ausprobieren neuer interessanter Rituale und Zaubersprüche. Seid kreativ und öffnet euch für die Zeichen, die Lilith euch sendet. Eine gute Ergänzung zu diesem Beitrag, für alle, die sich mit Astrologie schon ein bisschen auskennen, ist mein Video-Workshop Lilith-Transite, Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Der Durchgang von Lilith durchs Horoskop bringt oft Einweihungserlebnisse und große Gefühle mit sich. In diesem Workshop lernt ihr, wie Lilith eure Seelenkräfte weckt und wie ihr damit umgehen könnt. Mit vielen praktischen Tipps und Erfahrungsberichten aus meiner Praxis für euch und eure Klientinnen und Klienten, inklusive ausführlicher Seminarunterlagen zum Download als PDF. Den Link zum Workshop setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Empfehlen möchte ich euch im Zusammenhang mit Lilith in den Zwillingen mein Video mit Christoph Niederwieser über die Luftepoche. Das ist sehr wichtig. Außerdem die weiteren Lilith-Specials, zum Beispiel Lilith in den Fischen und den Livestream zum Göttinnen-Neumond. Da haben wir ausführlich über die Arbeit mit Ritualen gesprochen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.